Ich finde persönlich, jeder sollte in Workshops gehen. Also ich nehme auch Privatunterricht. Ich gehe auch in Workshops. Es gibt so viele Tanzstile, die man noch... Bei wem nimmst du Unterricht? Das verrate ich nicht. Warum? Ich sage das sehr gerne, wenn wir mich Unterricht nehmen. Nein, also es kommt noch voran, was du noch erweitern möchtest. Also es gibt noch so viele Tanzstile und in jedem... Weicht der Frage doch nicht aus. In jedem Tanzstil gibt es ja bestimmte Techniken. Also ich gehe auch in die Workshops, zum Beispiel auf den Festivals, was mich interessiert, zum Beispiel auf Rauhaus. Ich akzeptiere, dass du der Frage ausweicht.